Fusion, finde ich gut. Der Bär und Schildkröp, beide in einem Film. Das war jetzt mal die Zeit für das. Das ist mal ein Wurf, das gibt sofort eine Sündenenergie, eine Symphonie oder ein Symposium. Nein, ich meine natürlich eine Konkordialität. Mein Vater hat auch immer gesagt, das Team ist mehr als die Summe seiner Treibe. Ja, das können wir von mir aus sofort machen. Bin ich dabei, mache ich sehr, sehr gerne mit. Gut. Fusion. Ja, wären wir dann in einem Film der Schildkröp oder der Schildkröp und ich? Beide? Nein, nein, da möchte ich nicht. Ja, da haben wir dann sofort einen Parasitismus und eine gegenseitige Aussaugerei und möglicherweise sogar noch ein Mobbing. Mein Vater hat auch immer gesagt, der starke Bär ist am stärksten ganz allein. Nein, also mir ist total ernst. Da mache ich also nur über meine, nur über meine tote Leiche mit. Ja. Dann gebe ich halt noch und beisse in den Saueröpfel. Aber der Schildkröp da hinten muss noch ein bisschen runter, 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 runter. Jo, jo, der Kleiner gibt noch. Jo. 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 Llevandendlich ist wieder zum Mal.